FSK 93, der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus Wir haben uns das letzte Mal mit dem Kontext beschäftigt, in dem sich seit der Französischen Revolution an die Dialektik der bürgerlichen und proletarischen Revolution, in deren Kontext auch die Ansätze zur Judenemanzipation, sich entwickelten, die aber nicht zu einer wirklichen Emanzipation der Juden als Juden führten. Schon die Parolen der bürgerlichen Revolution gingen darauf hinaus, die Juden nicht als Juden zu emanzipieren, sondern sollten den Juden nur als Individuum, als Mensch, nicht als Juden befreien. Freiheit der Religion nur um den Preis der Aufgabe, deren Gruppenidentität. Dies übte, wie wir schon in verschiedenen Kontexten gesehen haben, auf das, was man jüdische Identität nennen kann, einen immensen Druck aus, der bis zum jüdischen Selbsthass gehen konnte. Es bedingte auch die nach dem Vorbild des christlichen Protestantismus, Konfessionalisierung oder Religionisierung, die auch das liberale Judentum hervorbrachte und zu einer internen Gruppenbildung führte. Im revolutionären Frankreich ging es darum, wie es beim Grafen Stanislav de Clermont-Tonnerie anklang, repressive Gleichheit in der Judenemanzipation durchzusetzen. Man muss den Juden als Nation alles verweigern, den Juden als Individuum jedoch alles gewähren. In einer Rede von 1789. Bevor der moderne Antisemitismus sich entwickelte, haben sich also schon Denkformen entwickelt, die sich dann auch in der Linken entwickelten, insbesondere wenn den Juden verweigert wird, sich mit einem Gewaltmonopol zu organisieren, der sie von dem heute nun schon globalisierten Antisemitismus zu schützen verspricht. Und ohne einen jüdischen Staat dürften auch heute weiterhin überall tote Juden herumliegen oder verbrannt werden. Warum man sich mit den Junghegelianern beschäftigen muss, wenn man über die Judenemanzipation spricht, hängt auch damit zusammen, dass sich nach Hegels Tod so etwas wie ein jüdischer Hegelianismus entwickelt hat. Dieser basierte auf dem schon bei Hegel vorliegenden Gedanken, dass die Juden ein Volk des Geistes seien oder gar das Volk des Geistes, so war Heinrich Heinis zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, wo er die seit dem Rationalismus entstandenen Religion folgendermaßen beschreibt. Der Gott des Pantheisten unterscheidet sich also von dem Gotte des Deisten dadurch, dass er in der Welt selbst ist, während letzterer ganz außer oder was dasselbe ist, über der Welt ist. Der Gott des Deisten regiert die Welt von oben herab, als ein von ihm abgesondertes Establishment. Nur in Betreff der Art dieses Regierens differenzieren untereinander die Deisten. Die Hebräer denken sich Gott als einen donnernden Tyrann, die Christen als einen liebenden Vater, die Schüler Rousseaus, die ganze Genfer Schule, denken sich ihn als einen weisen Künstler, der die Welt verfertigt hat, ungefähr wie ihr Papa seine Uhren verfertigt und als Kunstverständige bewundern sie das Werk und preisen den Meister dort oben. Dem Deisten, welcher also einen außerweltlichen oder überweltlichen Gott annimmt, ist nun der Geist heilig, indem er letzteren gleichsam als den göttlichen Atem betrachtet, den der Weltschöpfer, dem menschlichen Leibe, dem aus Lehm geknitten Werk seiner Hände eingeblasen hat. Die Juden achteten daher den Leib als etwas Geringes, als eine armselige Hülle des Huach Hakutash, des heiligen Hauchs, des Geistes und nur diesem widmeten sie ihre Sorgfalt, ihre Ehrfurcht, ihren Kultus. Sie wurden daher ganz eigentlich das Volk des Geistes. Keusch, genügsam, ernst, abstrakt, halsstarrig, geeignet zum Märtyrertum und ihre sublimste Blüte ist Jesus Christus. Dieser ist im wahren Sinne des Wortes der inkarnierte Geist und tiefsinnig bedeutungsvoll ist die schöne Legende, dass ihn eine leiblich unberührte, immakulierte Jungfrau nur durch geistigen Empfängnis zur Welt gebracht habe. So Heine. Bekannt geworden war die Theorie vom Volk des Geistes durch den Religionsphilosophen Salomon Formstecher, der eine traditionelle jüdische Ausbildung erhalten hatte und der, weil er keine Ausbildungsstelle als Buchbinder bekam, um in den elterlichen Betrieb eintreten zu können, Theologie, Philosophie und Philologie studierte. Im Todesjahr Hegels 1831, im Jahr seiner Promotion, kehrte Formstecher nach Offenbach zurück, um in der dortigen Synagoge als Prediger zu wirken. Erst 1842, als der obere Bina Gottlieb Metz verstarb, wurde er als dessen Nachfolger berufen. Formstechers Hauptwerk hieß Religion des Geistes. Er war ja auch einer der Vertreter, allerdings skeptischer Vertreter der Konfessionalisierung oder Religionisierung des Judentums. Er vertrat eine Auffassung von Geschichtsphilosophie, nach der die Menschheit ein Organismus sei. Man sah auch bei ihm schon eine Skepsis gegen Zionismus, der in der Zeit durchaus gang und gäbe war. Zitat Die Menschheit ist als Menschheit ein Organismus, aber nicht bloß als Christentum. Dieser Organismus lebt in seiner Allgemeinheit, konzentriert aber nicht sein Leben in einem seiner Teile und lässt es von diesem aus durch einen unbegreiflichen Sprung in den abgerissenen Adern pulsieren. Das Judentum lebt daher, wenn es auch keinen eigenen Staat mehr bilden soll und zu bilden nötig hat, dennoch nach seinem eigenen Geist. Philipp Lenhardt interpretiert das folgendermaßen. Das Judentum sei mithin zwar Teil des Ganzen, aber lebe dennoch selbstständig aus seiner eigenen Substanz. Totalität wurde von Formstecher analog zur Biologie als Zusammenspiel unterschiedlicher Organe verstanden, die wiederum Chiffren für unterschiedliche Volksgeister standen. Der Geist besondere sich getreu Hegels Konzeption in verschiedene Volksgeister und ordne diese so, dass sich ein harmonisches Ganzes ergebe. Die Schwierigkeit, Allgemeines und Besonderes begrifflich zu versöhnen, löste Formstecher so, dass er eine innere Hierarchie des Geistes aufstellte, anstatt das allen zugrunde liegende Subjekt einfach Gott zu nennen. Dadurch blieb der dem hegelschen System innerente Spinozismus verdeckt, der alles in Göttlichkeit auflöste und damit in letzter Konsequenz, so zumindest argumentieren die Rabbiner, die Spinoza mit dem Bann belegten, Gott als transzendente Macht zum Verschwinden brachte. Die Argumentation Formstechers läuft darauf hinaus, dass die Juden wie andere Völker auch durch die Völkerwanderung einst von ihrem Boden gerissen wurden, was die Voraussetzung dafür war, sich vom Boden zu lösen, und sich einem reinen geistigen Gott zuzuwenden. Da nur die Juden dies konsequent vollzogen, bildeten sie das Volk des Geistes. Formstecher schreibt im Volk des Geistes, In dem strengen Partikularismus zeigt das Volk des Judentums die frische Tatkraft, sich gegen den Einfluss feindlicher Elemente rein zu behaupten. Das zeugt vom Einfluss Nachmann Crochmals, der jedem Volk eine eigene Gottesvorstellung zusprach. Die Jüdische allerdings unterschied sich von den anderen Völkern dadurch, dass sie es nur zu Partikulargeistern brächten, während der Gott Israels absoluter Geist sei. Hier hat Crochmal das hegelische System zusammengebracht mit dem Judentum. Also auch ein gewissermaßen jung Hygianer. So war für Formstecher das Judentum universalistisch durchaus und daher anders als bei Hegel die Avantgarde des Weltgeistes. Gerade der Universalismus, man denke auch an Lessings Geschichtsphilosophie, erforderte wegen seiner Sonderstellung einen jüdischen Partikularismus. Hier sehen wir auch die Differenz zu Feuerbach und Bauer, zu dem wir heute ja noch einiges sagen. Es wäre leicht, auch die Berechtigung eines Staates Israel von hier aus zu begründen, worauf wir auf den Judentum-Helianer Moses Hess ja auch hinaus wollen. Formstecher formuliert das so. Das jüdische Volk bedarf des Separatismus nur als einer schützenden Mauer gegen die Stürme des Heidentums, welche Mauer aber sinken darf, ja sinken muss, sobald diese Stürme aufhören, sobald das Heidentum als eine nur relativ wahre Offenbarung sich überlebt hat und verschwindet. Das Christentum ist hierbei allerdings zwischen Judentum und Heidentum angesiedelt, was ja nicht falsch ist. Solange nicht alle Menschen der Wahrheit des Judentums sich öffneten, was nicht identisch ist mit einer Konversion, bedarf es also einer schützenden Mauer. Die messianische Vorstellung, dass Christentum und Islam sich zum Judentum erhöhen, gibt es auch, aber dies müsste, weil das ja nur freiwillig geschehen könne, langfristig vorbereitet werden. Mit solchen Vorstellungen war allerdings Formstecher ziemlich allein, selbst unter den Juden. Aber es diente zur Begründung einer Staatskritik, nach der ein Staat, der die Juden die Gleichstellung vorenthielt, vor der Macht der Weltseele, nicht bestehen könne. Diese Vorstellung von Weltseele übernahm er von Schelling. Es gibt ja eine Schrift, die Weltseele. Die Emanzipation des Judentums war für ihn ein Bedürfnis der Weltgeschichte. Formstecher war zu der Zeit nicht der Einzige, der sich Gedanken machte über das Judentum bezüglich seines Verhältnisses von Religion und Nation zum Christentum und des von Staat und Kirche. Daher ist noch kurz an Moses Hess zu erinnern, der durchaus eine orthodoxe, traditionelle jüdische Erziehung erhalten hatte. Er war im napoleonisch besetzten Bonn 1812 geboren. In den 30er Jahren, nach Hegels Tod, war dort mehr der Geist Schleiermachers am Wirken. In Berlin wurden Studenten und Professoren bespitzelt und Linkshegelianer aus dem Staatsdienst ausgeschlossen, wie man das an Strauß und Feuerbach sehen konnte. In Bonn kamen sie erst gar nicht an die Universität. Aber dennoch bekamen alle etwas von dem hegelschen Geist mit, gerade weil die damaligen Hochschullehrer sich ständig sehr schroff von Hegel absetzten. Das ist natürlich auch eine Methode, um bestimmte Inhalte zu bringen. Das erinnert mich an die 60er Jahre, als der überstrenge Klassenlehrer Reden gegen die Studentenbewegung und die Roten Garten hielt. Dadurch begangen so mancher in unserer Klasse, sich für das Verbotene erst recht zu interessieren. Wie wir schon anhand von Proudhon und den Junkel-Gianern gesehen haben, ging es solchen Leuten wie auch Marx nicht anders. So ging es auch Moses Hess, der sich schon früh vom traditionellen Judentum löste und in einer allgemeinen Menschheitsreligion auflöste. Das wird sich dann später wieder ändern. Die Damaskus-Affäre 1840, ich habe da schon mehrmals bereits darüber referiert, wo der europäische Antisemitismus in das islamische Bereich transportiert ward, bewirkte allerdings bei Moses Hess eine gewissermaßen zionistische Wende. In Rom und Jerusalem heißt es, Unsere Stammesgenossen, die aus Emanzipationsrücksichtigen sich und anderen gerne einreden möchten, dass die modernen Juden gar kein nationales Gefühl mehr besitzen, wissen wahrhaftig nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Unseren gebildeten deutschen Juden ist der sie umgebende Judenhass stets ein Rätsel geblieben. War nicht seit Mendelssohn das ganze Streben der deutschen Juden stets dahingerichtet, deutsch zu sein, deutsch zu denken und zu fühlen? Haben sie nicht sorgfältig jede Erinnerung an ihre antike Nationalität auszumerzen gesucht? Trotz aller Aufklärung und Emanzipation wird doch der Jude im Exil, der seine Nationalität verleuchtet, nicht die Achtung der Nationen gewinnen, in deren Mitte er wohl als Staatsbürger naturalisiert, aber nicht der Solidarität mit seiner Nation enthoben werden kann. Geschrieben wurde ein Teil des Textes wohl schon 1840, aber 1862 veröffentlicht, wo Just Bauer seine rassenantisemitische Phase bekam. Das letzte Mal hatten wir da schon drüber gesprochen. Da hatte Hess schon seine proto-zionistische Phase, ohne mit seinem Spinozismus, Kommunismus und der jüdischen Phase seines Denkens absolut zu brechen. Wenn Hess gegen den Junghegelianismus sich richtete, dann war es wegen dessen antijüdischer Tendenz, die insbesondere 1843 auf dem Höhepunkt der Spaltung der hegelischen Schule hervortrat. Einer der Höhepunkte von Antijüdischem fanden wir das letzte Mal schon bei Bruno Bauer, der in seiner Biografie einen Wandel von einem Antijudaismus zum rassifizierten Antisemitismus vollzogen hatte. Ich hatte ein wenig ausgeholt, um heute noch einmal auf die Judenfrage von Bauer einzugehen, aber vor allen Dingen auf dessen Wirkung. Ein wenig dürfte nun der Kontext ein wenig deutlich geworden zu sein, der sich um Hegel und die hegelsche Schule breitmachte. Der Bauer von 1843 polemisierte, wie schon zitiert wurde, gegen die Verteidiger der Juden, die Gesinnung, Gemütsart und den Zustand der Juden auf Jahrhunderte von Unterdrückung zurückführten, anstatt auf den Juden innewohnden Volksgeist. Anders als 1862 hinderte Bauer aber seine atheistisch motivierte Forderung, die Juden sollen das Judentum ablegen, um freie Menschen zu sein, an dem späteren Rassen-Antisemitismus. Aber Keime dessen ohne Rassengedanken, der ja beim Antisemitismus äußerlich hinzutrat, gab es, wie wir auch schon vernommen haben, auch schon 1843 beziehungsweise 1842, wo Bauer die Schrift ja schon verfasst hatte, aber noch nicht gesondert publizierte. Der Jude, so schreibt er, der in Wien zum Beispiel nur toleriert ist, bestimmt durch seine Geldmacht, das Geschick des ganzen Reiches. Der Jude, der in den kleinsten deutschen Staat rechtlos sein kann, entscheidet über das Schicksal Europas. Da sehen wir mal wieder, dass zum Antisemitismus oder Proto-Antisemitismus, es vollzieht sich ja der Übergang genau in seinem Werk, auch die Juden gänzlich überschätzt. Und dann heißt es weiter in demselben Text, allein hier gerade, wo die Nationalität des Juden und alles, was ihn zum Juden macht, verschwunden zu sein scheint, zeigt sich das jüdische Wesen in seiner höchsten Macht, da es sich gerade in seinem Verluste zu erhalten weiß. Also auch, wenn es überhaupt die Emanzipation unmöglich macht, in dem Augenblicke, wo es derselben am nächsten zu stehen schien, sich am weitesten von ihr entfernt. Das und ob die Emanzipation komme, müsste doch einzig und allein aus der politischen Verfassung oder aus der Zukunft der Staaten, in denen Juden leben, sowie aus ihren eigenen Verhältnissen zu derselben und aus ihrer Entwicklungsfähigkeit geschlossen werden. Allein auf diesen Standpunkte des aufgeklärten Judentums sind die Augen so wenig für die wirklichen Verhältnisse dieser Welt geöffnet, dass der Blick nach oben, nämlich auf die chimerische, religiöse und politische Prärogative Israels, gerichtet bleibt. Zitat Die Göttlichkeit, heißt es nun, hat Großes mit den Juden vor. Ende des Zitats im Zitat Als ob die Frage nicht allein die wäre, wie viele noch an der Entwicklung der Staatsverhältnisse und an der Bildung der Juden fehle. Dammt die Schranke, die jetzt den Juden von den Untertanen der christlichen Regierung trennt, beseitigt werden können. Das heißt, als ob es nicht darauf ankäme, dass von beiden Seiten her die Schranke aufgehoben werde. Und dann vernehmen wir auch schon gewissermaßen Antizionistisches. Wenn der Jude, ohne dass er er weiß, statt der Emanzipation vielmehr die selbstständige Existenz seines Volkes fordert, also das Unding, dass er seine Geschichte wieder von vorn anfangen könne, oder eine überflüssige Mühe, denn seine zweite Geschichte würde dieselbe sein und ebenso enden wie die erste, so muss er seinem jüdischen Bewusstsein noch die Genugtuung geben, die letzte Konsequenz seines Partikularismus zu ziehen. Salomo zum Beispiel in dem genannten Sendschreiben spricht es aus, dass die jüdische Religion die Weltreligion, also die Religion sei, welche den Stolz und Dünkel der positiven Religionen aufheben müsse. Das heißt, dass es der Ausschließlichkeit des Judentums endlich gelingen werde, alle anderen ausschließenden Religionen, aber alle müssen ausschließlich sein, auszuschließen. Von Rasse ist zwar hier noch nicht die Rede, aber Bauer redet vom jüdischen Gesetz, das eine ausschließende Nationalität vorschreibe. Solange sie dem Gesetz nicht entsagten, seien sie der Emanzipation nicht würdig. Dies von Juden, wie Samuel Hirsch, der über die Juden sagt und kritisiert, hört sich so an. Wollen denn diese ein Volk sein, wie die Franzosen ein Volk sind? Dann gäbe es ja gar keine Judenfrage. Sie wollen ja nur in religiöser Beziehung ein Volk sein. Ein Volk, das mehr Pflichten zu erfüllen, aber nicht mehr Lohn außer dem Bewusstsein an Werkzeugen in der Hand Gottes zur Erziehung der Völker zu sein, als alle Menschen zu erwarten hat und das deswegen behauptet, nur die Geburt mache den Menschen zu Juden, weil nur für den als Judengeborenen diese mehr der Pflicht Verbindlichkeit hat. Das ist aus einer größeren Schrift, Samuel Hirsch, die Religionsphilosophie der Juden, aus dem Band 1, 1842. Dies entspricht im Grunde den Gedanken Formstechers, dass der Volkscharakter der Juden ein geistiges Prinzip sei, das den Menschen zur Humanität führen soll. Das Gesetz, das die Sünde verbiete, macht die Bedeutung des Judentums aus. Die Juden seien die Hüter des Universalismus, so dass Bauers Vorwurf des Separatismus ins Leere laufe. Die Briefe zur Beleuchtung der Judenfrage, aus dem das stammt, sollten dem Gegner vor allem Unwissenheit nachweisen und richtete sich an die mit den Juden sympathisierende nichtjüdische und an die jüdische Öffentlichkeit, um denen Gegenargumente gegen Bauer zu liefern. Bauer hatte nämlich geläufige Vorurteile seiner Zeit aufgegriffen und in gelehrter Sprache formuliert. Daher nimmt auch die Kritik an Bauers Schrift, die Judenfrage, in der Antisemitismusforschung einen so großen Raum ein. Und auch in der Zeit gab es nicht nur Kritiken der marxischen Rezension zur Jugendfrage, sondern auch namhafte Vertreter schrieben ausführliche Kritiken, der schon zitierte Samuel Hirsch, Gottholp Salomon, der war auch schon erwähnt worden, Samuel Holtheim und Gustav Philipson sind nur Beispiele. Sie zeugen auch von einer anderen Umgangsweise der Juden mit ihrer Identität oder Wahrnehmungsweise. Man schrieb nicht mehr Appelle an die Obrigkeit oder den Souverän, sondern es gab in der Zeit, die man auch vormitts nennt, öffentlich vorgetragene Kritik, auch von Juden. Es entwickelte sich nämlich in der Zeit eine literarische Öffentlichkeit innerhalb der linkshegelianischen Zirkel, etwa die Herweg-Clubs, zu der neben Georg Herweg, Max Müller, Wilhelm Wolfson auch Theodor Fontane gehörten. Fontane, Bauer entsprach gar nicht seinem Geschmack, beschrieb Bruno Bauer Nachbauers Tod folgendermaßen. In hohen Schmierstiefeln und alten grauen Mantel, einem Wollschal um den Hals und eine niedergedrückte Schirmmütze auf dem Kopf kam er, den Knotenstock in der Hand, jeden Sonnabend von Rixdorf herbeigestapelt, um auf der Kreuzzeitungsdruckerei Bestimmungen über seine Artikel zu treffen. Seine kleinen dunklen Augen, klug, aber unfreundlich, beinahe unheimlich, bohrten alles an, was ihm in den Weg kam. Eine grenzenlose Verachtung der durch uns repräsentierten kleinen Redaktionskrapüle sprach aus seinem ganzen Auftreten. Die Bauers waren sehr klug, aber wenig angenehm und hatten einen wirklichen und ehrlichen Respekt nur vor Arnheim und dann und wann vor Russland. Es ist ein Segen und großer Kulturfortschritt, dass diese ganze Menschenklasse weg ist. Das ist aus den Fontanusbriefe in der Fontanausgabe. Aber um noch ein wenig zu veranschaulichen, wie es in Berlin aussah, etwas über den Doktorclub, wie ihn Richard Friedenthal in seiner Marx-Biografie beschreibt, wie Marx auch nicht, kannte Bauer nicht die offene Welt des jüdischen Salons, schon weil sie der falschen Generation angehörten. Das kannte man also schon gar nicht mehr. Wie bei Marx seine jüdische Herkunft kaum noch eine Bedeutung hatte, hat auch Bauer wegen seiner kleinbürgerlichen Herkunft in solche Kreise kaum Anschluss gefunden. Erstaunlich genug, dass er in einer solchen Umgebung eine Schrift wie die Judenfrage schreiben konnte. Denn Hegel selber war bereits vor sechs Jahren gestorben, so Friedenthal, hinweggerafft, auf der höchsten Höhe seines Ruhms und Einflusses von der großen Cholera-Epidemie von 1831. Und unverzüglich begann der Spaltungsprozess unter seinen Schülern und Verehrern, der dann da einfach halber in die Hegelsche Linke und die Hegelsche Rechte aufgeteilt wurde. Die Anfänge der Hegelschen Linken wurde im Wirtsgarten zu Stralow gelegt. Es wurde dabei gut gegessen, gut getrunken und hitzig debattiert. Der Student im ersten Berliner Semester brillierte offenbar schon beträchtlich und reihte sich mühelos unter die wesentlich älteren Genossen ein, die meist schon ihren Doktor gemacht oder jedenfalls ihr Studium abgeschlossen hatten. Und dabei waren ein Club mit dem anspruchsvollen Namen Doktor-Club zu begründen, der für die nächste Zeit Marxens geistige Heimat bilden sollte, bis er, wie über jede Heimat, auch über diese sehr bald hinauswuchs. Wir wollen das Ambiente dieser philosophischen Parteigründung nicht übersehen. Es war kein akademisches Seminar, kein Hörsaal oder Konferenzraum, sondern der Wirtsgarten am Spreeufer. Stralow war noch nicht im geringsten der Vorort mit Arbeiterbevölkerung und Industrie, der großen Jute-Spinnerei und Teppichfabrik, der es in der rapiden Entwicklung Berlins sehr bald wurde. Es hatte seinen Ruf durch den jährlichen Strahlauer Fischzug, der jeweils am 24. August stattfand und den Marx gesehen haben könnte, wenn er Vergnügen an solchen Volksbelustierungen gehabt hätte, was mir sehr fraglich ist. Am Strahluwer Ufer, beim Volk, dem niederen Volk, wie es damals hieß, ging es wild und primitiv zu. In offenen Oderkenen, Stehen zumeist, so stark war der Andrang, wurden die Massen herangeschifft. Auf der Wiese neben dem Friedhof brodelten in offenen Feuerstellen die Kessel mit Kaffeewasser, Kartoffeln und Knoblauchwürstchen. Im Stehen und aus der Hand wurde verzehrt, denn die wenigen Tische und Bänke der Gastwirtschaften genügten nur für ein paar Bevorzugte. Aus den Flaschen ohne Gläser wurde das Bier und der Brandwein getrunken. Man stand nicht nur, man rotierte in zunehmender Feststimmung. Es wurde gesungen, randaliert, es gab Prügeleien und ein Bürger im Zylinder hätte unfehlbar riskiert, dass ihm der hohe Hut eingetrieben wurde. Die Polizei hielt sich im Polizeistaat Preußen bei solchen Gelegenheiten sorgfältig zurück. Die Bescheidenheit der Berliner Volksbelustigung, nicht nur beim niederen Volk, sondern weit bis ins sogenannte bessere Bürgertum hinauf, blieb lange eine Eigenheit der Stadt. Der guten Abkömmling Theodor Fontane hat sich noch, als Berlin Reichshauptstadt hieß und eine europäische Rolle zu spielen begann, darüber lustig gemacht und einen Sonntagsausflug in die Zelten beschrieben, bei dem aus angestoßene Tassen Kaffee getrunken und mit Neusilberlöffel mit Eierresten umgerührt wurde. Die Damen strickten dazu Strümpfe und das hieß, dass man einen Feiertag erlebt hatte. Also die Beschreibung. So ein wenig, wenn wir das ein bisschen abwandeln, können wir uns das aus der Zeit der Studentenbewegung und vor allem in den nachfolgenden Jahren eigentlich vorstellen. Mir ging es ja teilweise auch nicht so anders. Was haben wir da in der Kneipe philosophiert, bis man uns dann Philosopher nannte? Es grenzt an ein Wunder, dass in einer solchen Umgebung Bauer überhaupt Traktate über die Juden schreiben konnte. Die zusammen mit der Judenfrage von Marx kritisierte die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden, erschien, also die Schrift, die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden, wurde ja von Marx in der Judenfrage zusammen abgehandelt. Nicht erschienen in Herwigs 21 Bogen aus der Schweiz. Da wird Religion allgemein kritisiert, wie wir das auch das letzte Mal anhand der Judenfrage und anderen Schriften abgehandelt haben. Dort hat aber die Aufklärung wie dargelegt ihren wahren Sitz im Christentum. Eben wie Feuerbach und Bauer das Christentum beschreiben. Mit der bei Herweg erschienenen Schrift wollte Bauer die Judenfrage eigentlich beenden. Dort meinte er, die historische Bewegung zur Abschaffung des Christentums wie jeder Religion sei eine vollendete Tatsache. Sie sichere den Sieg über die Religion allgemein für die Menschheit. in der Schrift heißt es, wenn sie frei werden wollen, so dürfen sich die Juden nicht zum Christentum beginnen, sondern zur aufgelösten Religion überhaupt. Das heißt zur Aufklärung, Kritik und ihrem Resultate der freien Menschlichkeit. Dass er damals noch nicht zum Rassenantisemitismus fortschritt, lag auch daran, dass er Christentum wie Judentum zusammen zum Verschwinden bringen wollte und damit auch die Differenz von Christentum und Judentum austilgen wollte. Einige wie Karl Grün erkannten, dass Bauer nicht den Juden eine neue Sicht ihrer Zukunft verschaffen wollte, sondern es war doch lediglich ein scharfer Angriff auf das Judentum selbst. Er bezog sich vor allem auf biblische und talmudische Stellen, wo das Judentum in seiner Identität angegriffen wurde und diese als absolut exklusive Religion verstand und vernachlässigte die eingangs schon erwähnten Versuche der Juden aller Zeiten, ihrem Glauben einen universalen Zug zu geben. Nochmal nennt das verständliche Wirt. In der Geschichte des Judentums gab es Zeiten, wo sie insbesondere in ihrer Identität immer wieder angegriffen wurden und verfolgt wurden. Dies führte dazu, dass es Formulierungen gibt im Talmud, es ist ja mehr ein dialogisches Prinzip, wo Thesis und Antithesis beides drin vorkommt und alles diskutiert wird bis ins Unendliche. Also es gibt da ja schon Witze darüber, was man mit dem Talmud alles machen kann. Also eine gewisse Art von Eristik steckt da ja auch schon drin manchmal. Also sie versuchten jedenfalls damit, dass sie das Judentum auch von der Umgebung abschloss in solchen harten Zeiten, die jüdische Identität zu bewahren. Wobei bewahren heißt nicht in dem Status, den sie davor hatten, sondern es handelt sich um eine ständige Weiterentwicklung. das muss man natürlich auch sehen, weil die Juden immer in Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung sich verändert haben. Die Emanzipation der Juden sah Bauer nicht als Befreiung, sondern als Streben nach Privilegien, das heißt der Erlaubnis weiterhin als Juden leben zu können. Das entspricht ja auch diesen aufklärerischen Parolen, die wir häufiger mal erwähnt haben, den Juden als Mensch alles zu geben, aber als Individuum alles zu geben, aber als Gruppe nichts. Damit löst man allerdings, weil so eine Gemeinschaft ja dazugehört, löst man das Judentum tendenziell natürlich auf. Dann hört man auf, Jude zu sein. Das wäre so, als ob man die christlichen Gemeinden abschaffen würde oder so etwas. Was wären dann die Christen noch? Aber dennoch schätzte Brauer, wenn es um die Beurteilung der Vergangenheit ging, die Verdienste des Christentums. Zumindest war er ja Protestant, nicht Katholik. Dem Judentum ging es ja ohnehin nur um äußere Formen, wie er meint, etwa Riten und Institutionen. Etwas eine Kritik, die man auch schon warten kann, so fichtischen Antijüdischen kennt. Bei Hegel findet man dann auch Ähnliches in den Abhandlungen über positive Religion, wie sich das nannte. Und an Hegel war ja der Bauer orientiert. Das unterscheidet sich ja von Hegel in einem immensen Sinne zwar, aber Bauer ist im Vergleich zu Hegel dann noch historischer, wobei heute würde man das alternative Fakten nennen, oft ganz einfach daneben greift, weil er die Fakten gar nicht beherrscht. Insgesamt bemerkten jüdische Zeitgenossen, die sich apologetisch mit der Herabsetzung des Judentums Beschäftigten und zwar in Vergangenheit und Gegenwart, dass Bauer sich allenfalls auf abstrakter Ebene argumentativ bewegt, während er diese Beschäftigung abwehrte, weil diese sich nicht mit seinem Zukunftsentwurf beschäftigten, der sich ja durch jenes ja begründen sollte. Im gewissen Sinne wollte er, dass man seinen Antijudaismus, Antisemitismus sozusagen auf den Sprung, dass man sich damit beschäftigt und nicht seine Abhandlung über die Vergangenheit und Gegenwart des Judentums. das wollte er nicht so, dass die sich da so unbedingt damit beschäftigen. Er hatte also ein eher praktisches Interesse. Nicht im Sinne der Feuerbach-Thesen, die er noch Theorie voraussetzt und nicht einfach Theorie durch Praxis ersetzen wollte. Hier ist es ein immens praktisches Interesse. Das sind eben halt, was man da so in der Kneipe macht, im Doktor-Club oder ein Herweg-Club, eben halt andere Sitten als in dem, was man heute akademischen Betrieb nennt. Was nicht vorlag, war ein antijüdisches des Gefühls oder der eigenen Betroffenheit. Betroffenheit findet sich bei Bauer dann erst als seine radikale Religionskritik reduzierte, die Judenfeindschaft aber beibehielt. Ich erinnere dann auch noch mal an ein Gutachten, das Hitler an Gemmlich geschrieben hatte, also in einem Brief an Gemmlich, wo von Antisemitismus des Gefühls und Antisemitismus der Vernunft die Rede war. Die Nazis waren ja nicht für Pogrome in dem Sinne, also ein Antisemitismus des Gefühls, sondern sie wollten ja die Judenheit restlos austilgen, wie Ratten vernichtet werden oder so etwas. und deswegen musste das mit Vernunft geschehen, also mit einer instrumentellen Vernunft, der der Inhalt gleichgültig ist. Also eine Vernunft in unvernünftiger Form, wie sich Marx dann auch in einem etwas anderen Kontext, aber zu derselben Zeit ausdrückte. Dass solche Momente bei Bauer sich finden, führt auch dazu, dass es uns gar nicht verwundern muss, dass auch Karl Schmidt, der sogenannte Kronjurist des Dritten Reiches in Bauer einen Geistes verwandten sah, den er sogar als Partisan des Weltgeistes bezeichnete. Schmidt definierte auch den Antisemitismus, sofern es ihn vor Wilhelm Marr 1879 geben sollte, einfach weg. Jetzt zitiere ich ein wenig aus Manuskripten, die bislang noch nicht alle veröffentlicht wurden, wo er sich zu Bruno Bauer, wir werden bald sehen, warum, äußert. Hinweis zu Barnicoles Darstellung vom Leben und Werk Bruno Bauers. So ist das überschrieben. Ich halte es für unwissenschaftlich, die Bezeichnung Antisemitismus unterschiedslos für jede Art kritischer oder negativer Haltung gegenüber dem Judentum zu gebrauchen. Es gibt keinen religiösen oder christlichen Antisemitismus. Der heilige Stephanus war kein Antisemit. Vor Wilhelm Marr gibt es kein Antisemitismus. Auch Karl Marx war kein Antisemit. Die Frage ist, wie weit Bruno Bauer das Wort und die Bezeichnung bewusst gebraucht oder gar durch seinen Einfluss auf Wilhelm Marr begründet hat. Dies schreibt er in der Karwoche vor Ostern 1967 übrigens. Der Theologe Barnicol war mit Schmidt persönlich bekannt. Er war 1921 Dozent für Theologie in Bonn, dann Ordinarius in Kiel und Halle und war auch der Herausgeber des entdeckten Christentums im M. Vormärz, so hieß die Schrift, also diese Bauer Schrift darf veröffentlicht und kommentiert natürlich Bruno Bauers Kampf gegen Religion und Christentum und Erstausgabe seiner Kampfschrift war das untertitelt. Schmidt zitiert Bauer nur selten und dann vor allem in Schriften, die Schmidianer ungern zitieren dürften. Ein Beispiel ist die Rede Die Deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist von 1936, wo er nach der deutschen Seite des Judenproblems fragt und dann meint, dass der Fall Karl Marx und die Wirkung, die von ihm ausging, für uns eigentlich ein Fall Friedrich Engels oder Bruno Bauer oder Ludwig Feuerbach oder vielleicht auch Hegel ist. Hier liegt ein tragisches Problem begründet und er fragt, wie war Karl Marx möglich, wie konnte er in Deutschland wirken und schließlich woher die Anfälligkeit gegen das Judentum? Das stand also in der deutschen Juristen Zeitschrift Heft 41 1936 Woher die Anfälligkeit gegen das Judentum ist ja eine merkwürdige Frage an Schulen so anfällig also wie man so gegen Krankheiten anfällig ist. Das ist selbst für Karl Schmidt der ja eigentlich sonst solche Formulierungen vorher noch nicht hatte ein Novum nicht aber es gibt ja auf das Buch komme ich dann nachher noch zu sprechen auch schon arbeiten Karl Schmidt und das Judentum aber weiter jetzt nochmal zu einigen Sachen bei Schmidt es gibt im Nachlass noch einige Sachen zu Bauer und es gibt auch einige Erstausgaben der Schriften von Bauers also da hat sich übrigens auch erst so um 36 und folgende herum also Schmidt sehr intensiv mit Bauer beschäftigt und man muss ja immer aufhorchen wenn Faschisten wie Schmidt gar Nationalsozialisten er war ja mehr ein Anhänger eigentlich Mussolinis und geriet ein wenig in Misskredit als er von Mussolini etwas an Hitler ausrichtete nach 36 hat er seine Posten verloren es gibt neben diesen Erstausgaben also noch einige Notizen und in einem Heft also so sich Oktavhefte hat er immer genommen zur Geistesgeschichte von 1848 also die Zeit wo Marx Bauer Feuerbach und so weiter lebten schrieb Schmidt auf der ersten Seite nachträglich hinein also das hat es dann auf der ersten Seite eingefügt der auf dem Weg über die hegelische Philosophie zum Preußen gewordene Thüringer Bruno Bauer ging diesen Weg einsam für sich allein trotz ephemerer also kurzfristiger Publizität von 1842 bis 1848 der deutsche Jude Karl Marx flog über Deutschland nach Russland und nahm den deutschen Friedrich Engels mit für Nazis Faschisten ist es ja immer so ausgemacht nicht dass Karl Marx also wirklich ein Jude im emphatischen Sinne ist nicht obwohl Marx eine gewisse Abneigung gegen die Religion auch der jüdischen hatte darauf werden wir aber nächstes Mal noch kommen wie sehr ihm Bauer gefiel dem Schmidt zeigt sich auch im Brief wechsel mit Ernst Jünger also Helm ab zum Gebet wo er am 26. April 1939 an Jünger schrieb das weitaus bedeutendste über Judentum hat übrigens Bruno Bauer zur Judenfrage 1843 dann in einigen Kapiteln seiner Evangelienkritik in dem verschwundenen Band 4 von 1852 und im Aufsatz das Judentum in der Fremde 1863 gesagt das war eigentlich 1862 sein Buch Christus und die Cäsaren 1877 ist zu sehr Alterswerk alles Wichtige ist vor 1848 gesagt worden zu diesen Notizen ist dann noch einiges anzumerken diese Funde datieren von 1937 bis 1945 es gibt auch noch spätere wo Schmidt seine Rolle in der NS-Ämter Hierarchie verloren hatte in der Zeit beschäftigte er sich mit der Judenfrage Judenfrage hatte da ja im historischen Kontext schon eine ganz andere Bedeutung bekommen nämlich eliminatorisch antisemitische Ausmerzung der Juden es bedeutete nicht mehr Judenfrage in dem Sinne des Übergangs von der französischen zur politischen Revolution also der Juden Emanzipation Judenfrage war mit Juden Emanzipation eigentlich gleichgesetzt in der Zeit als Bauer lebte aber auch nach dem Krieg nach 1945 kommt er auf Bauer zurück wobei man eine gewisse Identifikation mit der Person Bauers bemerkt vor vor allem der Topos der Isoliertheit spielt dabei eine Rolle man weiß ja dass er von den Alliierten interniert wurde und isoliert wurde von der deutschen Öffentlichkeit wenn Bruno Bauer von der katholischen Kirche spricht so meint er fortwährend Verschiedenes im Verhältnis zu sich so schätzt Bruno Bauer die katholische Kirche um 870 nicht nur als Gegengewicht gegen den kommenden Herrn der Welt sondern sie ist ihm auch etwas anderes als 1843 wo sie für ihn noch das reinste Judentum war so ist es auch mit dem preußischen Staat mit dem Judentum und so weiter was soll ein isolierter einzelner auch anderes tun er springt von einer Eisscholle auf die andere da hatte Karl Schmitt wohl so Vorstellungen wie in der Arktis oder so etwas oder am Nordpol wo dann Eisschollen auf dem Wasser schwimmen und man dann von einer zu anderen schwimmt irgendwie eine eisige Zeit in der man einsam ist das sind so Metaphiren das stammt jetzt aus dem Glossarium das sind Aufzeichnungen der Jahre 47 bis 51 des letzten Jahrhunderts und es ist auch nicht die einzige Eintragung die so eine Identifikation mit Bauer da müssen wir uns natürlich fragen warum wohl nicht warum die davor liegt also eine Eintragung vom 20. August 1948 Die ganze deutsche Kritik tritt 1840 in ihr kritisches Stadium und schlägt um in einen blanken Positivismus Bruno Bauer ist der Typus dieses Vorgangs dieser Kritizismus ist im Kern das tiefe Gefühl des Betrogenseins fällt uns auch mal irgendwie ein nicht nach der Wende hier 1989 nicht wir sind belogen und betrogen so entdeckt er in der DDR nicht so entdeckt er überall Fälschungen besonders im Johannes Evangelium beim Vierten So wird ihm der Jude zum Ursymbol der Fälschung und des Betrugs schreibt Schmidt auch im Glossarium Während seiner Internierung schrieb er neben Ex Captivitate Salus ein Depositum an den Jesuitenpater Erich Pritzwara da stellt er den katholischen Dichter Konrad Weiß zur Überbauer was beim Adressaten Pater nicht wundert aber er geht auch auf Bauer ein Bauer sei die aufschlussreichste Figur so Schmidt Zitat in dem langen Prozess der Selbstzersetzung des deutschen Protestantismus und Idealismus Urheber einiger erstaunlicher aller christlichster Attentate auf das Christentum angefangen von seiner Kritik des damals erschienenen Lebens Jesus von David Friedrich Strauss bis zu seinen sich auflösenden Altersschriften über Philo Bismarck Disraeli und Christus und die Cäsaren Autor vor allem der Judenfrage von 1843 die bestimmt ebenso wichtig ist wie Karl Marx weltberühmte Antwort im gleichen Jahr Autor ferner des Judentums in der Fremde das ist also diese höchste rassen antisemitische Schrift und der seit einigen Jahren öfters wieder entdeckten Schrift Russland und das Germanentum wie Schmidt auf die Schrift Russland und das Germanentum kommt hängt ab von einem jüdischen Schüler von Heidecker der ja zu Karl Schmidt Heidecker und so weit zu diesem deutschen Exis könnte man sie nennen gehörte und diese Schrift Russland und das Germanentum wird häufiger also bei Karl Löw wird erwähnt in der Schrift von Hegel zu Nietzsche im Kapitel Bruno Bauer wo Löwitt merkwürdigerweise oder auch nicht merkwürdigerweise weil er sie für unter aller Kritik hält die judenfeindliche Schrift die Judenfrage gar nicht erwähnt was natürlich Schmidt aufgefallen ist das System von Löwitt wegen seines Dezisionismus kritisierten Schmidt natürlich gleich aufgefallen er beschäftigt sich immer mit der Kritik an ihm und hat natürlich auch Karl Löwitt gelesen und da schreibt er dann folgendes in einem Buch des Immigranten Karl Löwitt des Immigranten hat er dann gestrichen und durch von ersetzt also in einem Buch von Karl Löwitt von Hegel zu Nietzsche ist die geistesgeschichtliche Fährte die Bruno Bauer bedeutet wohl bemerkt aber Löwitt verschweigt die Judenschriften Bruno Bauers und damit ein spezifisch deutsch-protestantisches Anliegen so dass jenes Buch von Hegel bis Nietzsche noch die Binde vor Augen trägt die auf mittelalterlichen Statuen von der Synagoge getragen wird das ist zunächst einmal ein wenig kryptisch was er dort schreibt wir werden das aber aufschließen dass Karl Schmidt den Titel von Hegel bis Nietzsche schreibt das eigentlich heißt es ja von Hegel zu Nietzsche ist wo ein Gedächtnis Problem gewesen Aber was ist jetzt mit diesem mittelalterlichen Statuen von der Synagoge gemeint Die Aufklärer wollten ja mal das Straßbürger Münster zum Pferdestall machen aber das haben sie dann ja wohl doch nicht gemacht und was gemeint ist ist tatsächlich das Straßbürger Münster wo es eine Darstellung von Ekklesia und Synagoge am Portal gibt dass Karl Schmidt zusammen mit seinem Freund Fritz Eisler in seiner Studienzeit besichtigt hätte dass es überliefert den Hinweis habe ich von dem Schmidt Biografen Reinhard Mehring und der verweist auch auf eine Beschreibung von 1928 die Schmidt möglicherweise auch gelesen hat oder der Fritz Eisler irgendwas haben die sich darüber unterhalten diese Arbeit heißt Hans Weigert der Straßbürger Münster und seine Bildwerke und dort findet sich seit 1961 Stolz erhebt sich die Ekklesia die Versinnlichung des neuen Bundes das Christentum ihr Haupt in der rechten die Fahne der siegreichen Kirche in der linken den Kelch mit dem Blut des Erlösers die Synagoge die Personifizierung des alten Bundes und des Judentums wendet sich ab als sei sie geblendet vom Glanze der siegreichen Macht ein Schleier bedeckt ihre Augen sie vermag das heilen und die Wahrheit nicht zu schauen also deswegen schreibt er über Karl Löwitz übrigens ausgezeichnetes Buch von Hegel zu Nietzsche also dass dieses Buch von Löwitz eine Binde von Augen tritt die auf mittlerlichen Statuen von der Synagoge getragen wird Es ist schon ein gewisser Zynismus Schmitz dass er sich von einem Part damit eine Absolution einen priesterlichen Segen für seine Deutung erbitten will aber er hat davon abgesehen das Schreiben ja dann an diesen Part niemals abgeschickt Aber was wollte Schmitt eigentlich das hat Raphael Gross der die Bedeutung Bauers für Schmitt herausgearbeitet hat wohl auch richtig gesehen Bruno Bauer ist zum einen für die Auseinandersetzung mit Karl Löwe wichtig und dann auch um seine Ablehnung des Marxismus mit Bruno Bauer nachträglich zu theologisieren Er will gegen Löwe den revolutionären Bruch von 1848 konfessionell begreifen Die antijüdischen Momente bei Bauer säkularisiert Schmitt allerdings und schreibt sie polemisch fort Für Schmitt waren Richard Wachner Bruno Bauer und Willem Ma wichtiger für die Grundlegung seines eigenen Antisemitismus den er nie verschwiegen hatte als Lagarde Treitschke Stöcker und Schönerer wie man das von einem Katholiken vielleicht eher erwartete Aber Schmitt hat ja auch an einer wichtigen Stelle ohne den Namen zu erwähnen Kierkegaards die Wiederholung zitiert hinsichtlich des Ausnahmezustands Das nächste Mal wird es nun um Marxens Kritik an Bauer gehen und dann noch etwas über sein ambivalentes Verhältnis zum Judentum den manche gleich als Antisemitismus bezeichnen Andere sehen im Kapital von Marx war jetzt eine Revision dieses strukturellen Antisemitismus und das ist ein besonderes